Wer ist die Zielperson? Wer ist die Zielperson? Meine Kunden möchten wissen, ob sie den Job für möglich halten. Das wird teuer. 100 Millionen ist eine immense Summe. Sie bezahlen dafür, dass ich töte. Ich berechne das, um sie da rauszuhalten. Die Polizei fahndet in ganz Europa nach Riem. Wir bitten all unsere internationalen Partner um Unterstützung. Er ist ein Ausnahmekiller. Der Mann wird erneut töten, wenn wir ihn nicht stoppen. Es gibt keine Aufzeichnungen über ihn. Der Kerl ist ein verdammter Geist. Ich weiß, dass ich ihn finden kann. Ich habe viel Gutes über Sie gehört, Bianca. Enttäuschen Sie mich nicht. Sein Codename ist Chakard. Er ist ein Imitator. Oh mein Gott! Er wurde für einen weiteren Mord angehört. Was machst du, Charles? Hätte ich dir die Wahrheit erzählt, hätte ich dich verloren. Das ist eine aussichtslose Suche und wird dem Ruf unserer Abteilung schaden. Schlagen Sie vor, dass wir einfach aufgeben sollen? Das ist nicht der Job, für den ich angetreten bin. Ich befürchte, ich kann nicht viel tun, um sie zu schützen. Ich werde Norman finden und dann werde ich ihn persönlich töten. Ein Mann ist all die Verluste nicht wert. Ich gewinne gern. Genau wie ich. Ich möchte nur wissen, wer sie sind. Wirklichkeit. Wirklichkeit. Untertitelung des ZDF, 2020